Kapselschriften sind kleine Hefte, die in Boxen überleben und die man im Regal finden kann. Überall in den Magazinen an der UB Leipzig sind das über 60.000 allein bis ins Jahre 1940. Mit diesen Kapselschriften lernen wir hochinteressante Dokumente unserer Kulturgeschichte kennen und zugleich ein wenig die Ordnung der Bibliothek, nämlich die sachliche, fachliche Signatur, unter der die jeweilige Schrift eingeordnet ist. Fasziniert hat mich die wahnsinnige Vielfalt an Themen, die man in den Kapselschriften findet. Also das reicht vom sich selber barbieren bis hin zu dem Bierbrauen oder auch politischem. Mich haben besonders Kapselschriften aus dem 16. Jahrhundert interessiert. Da waren sehr viele Kuriositäten dabei, wie Schriften über Hexenprozesse, über Wunderfische, über Wundervögel. Und das waren damals Nachrichten, die sich sehr schnell verbreitet haben, da die Menschen sich dafür interessiert haben. Kapselschriften sind prekär und brüchig und müssen besonders vorsichtig behandelt werden. Kapselschriften fangen einen Zeitgeist ein und vermitteln gesellschaftliche Stimmungen. Sie sind daher für die kulturgeschichtliche Forschung eine wichtige Quellengattung. Viele der Broschüren und Heftchen erschienen anlassbezogen. Aus ihnen erfährt man manches von Streit und Kampf vergangener Tage. Kapselschriften 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 Untertitelung des ZDF, 2020